Musik So ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Story über meinen Ausflug nach Stuttgart. Und ich sitze gerade im Auto und bin jetzt schon bei Kruxhagen, also so halb bis Stuttgart hin. Und morgen geht es dann auf den Blumenstammtisch. Musik So, ich bin mittlerweile in Stuttgart und bei Michelle angekommen. Das war dein Stichwort. Ich weiß aber, ich weiß nicht, es soll nicht gehen. Hallo! Ja, und ich freue mich auf jeden Fall wieder in Stuttgart zu sein. Und es ist tatsächlich echt sechs Monate her, dass ich das letzte Mal hier war. Länger. Michelle sagt länger. Ja, ich habe mich halt vermisst. Und Stuttgart habe ich auch nie gelernt. Der Stau war glücklicherweise vorhin auch nicht so lang, sodass wir tatsächlich bis nach Stuttgart eigentlich nur sieben Stunden gebraucht haben, was gar nicht so schlecht ist in der fehlenden Zeit. Und wir haben jetzt auch schon was gegessen und gleich machen wir uns noch einen ruhigen Abend und können morgen mit dem Blumenstammtisch weitergehen. Ich bin schon sehr gespannt auf morgen. Wir müssen mal gucken, was da losgeht. Und jetzt sage ich, habt noch einen schönen Abend. Bis morgen! Wir sind jetzt in Stuttgart angekommen und es ist mega hell einfach hier. So gutes Wetter. Man sieht überhaupt nichts? Nee, man sieht gar nichts. Und wir gehen jetzt zum Witwer zum ersten Event. Sie sind mit der Lesung, die nebenbei bemerkt, richtig geil waren. Wir sind auch schon durch. Und jetzt stehe ich hier mit Michelle einmal über den Dächern von Stuttgart. Da Sie sehen Stuttgart von oben. Sturgut! Da hat der Schlossplatz, da viele Menschen. Nein, das ist alles Schlossplatz. Achso, das ist alles Schlossplatz. Das ist alles Schlossplatz. Das ist das, Rathaus. Also, Alter. Hüte, Vorsicht, Wacke. Ja. Alter, ich will hier nur runter. Hallo! Ihr seid in der Insta-Story. Kleine Michelle klettert da hoch. Sieht man da was Tolles? Aha. Hallo Michelle. Hallo! Wir würden jetzt hier davon abmachen. Dann würde die auch nicht so lang machen. Aber 50 Kälte machen. Machst du wieder super! Aus suchen? Was geh ich dafür? Hab ich auch noch mal. Das Hauschuh? Haus! Wir sind mittlerweile wieder raus aus Stuttgart. Da ist Michelle. Und sind auf dem Rückweg. Übrigens sind wir diesen Berg da runter gelaufen. Und ja, es ist ein Berg. Es sind so Hügele wie hier hin. Wir sind jetzt gleich auf jeden Fall wieder soweit, dass wir endlich die Füße hochlegen können. Und ich freue mich darauf, meine Füße zu entlassen. Und ich muss rauszuziehen. Ich weiß nicht, wie viele Schritte ich gelaufen bin, aber wir müssen gleich erstmal... Und dann werde ich gleich erstmal meine Speicherkarte leerräumen. Ich habe hier ein bisschen was gefilmt für euch. Und dann mal gucken, wann das Video online geht. Und ich glaube, damit ist diese Story dann auch schon wieder versetzt. Es war aber auf jeden Fall ein sehr geiler Tag beim Glubberstammtisch. Danke! Auch wenn es sehr warm war. Es hat sich auf jeden Fall genut. Und ich freue mich schon auf den nächsten, bei dem ich dabei sein kann. Ja und auch danke, dass ihr bis hierhin zugeschickt habt. Danke fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Abend. Bye-bye! Oh, guck mal! Komm! Michelle sagt auch Bye-bye! Michelle sagt auch Bye-bye! 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 Bye-bye!